Hey Leute auf YouTube und auch hier im Livestream weiterhin. Wir sind letzte Folge am Ende leider ein bisschen rausgelegt im Stream, aber die YouTube-Folge ging zu Ende gegen ganzen geilen Stern-Dus und wir hatten letzten Folge richtig geile Unfall-Fusion, schaut da gerne rein. Wir sind jetzt aber hier bei den Seeschauminseln und müssen uns durchkämpfen, weil wir wollen da jetzt rein und von der Anseite wieder raus und da bin ich gespannt. Ich will da rein. Oh, ich komm da nicht rein. Der muss da raus. Wir wollen etwas mitnehmen. Hast du es gesehen? Wie kann man das Eis nicht hoch? Ja, können wir kein Kraxler? Nein. Deshalb müssen wir weiter. Das waren sehr kurze Seeschauminseln, wir gehen weiter. Hat sich ja mega gelohnt. Moin Moin Chat. Wir wollen doch nur das Eis hochklettern. Das sind Magmas, der steht im Weg. Da sind Gase drinnen. Das ist aber nicht der Original-Spiel, dass der Gase drin sind wie die Maske brauchen. Nee. What the fuck. Nick, wir denken uns immer gemeinsam eigentlich so Fun-Namen aus. Okay, okay. Wir sind in der neuen Stadt. Was zuerst, was wir machen, ist natürlich mal ins Pokémon zu Ende gehen. Mal bisschen Hallo sagen. Oh, la. Das ist neu. Okay. Ja, geil. Mega, geil. Mega, geil. Also, ich muss da dran denken, wenn Magmas bei Gasen rumlaufen, aber es stelle ich. Boah. Da geht die Party ab. Wo ist der Realleiter? Was ist das hier? Oh, toll. Pokémon-Menschen, oh, wie cool, stimmt. Die gibt es ja auch. Was hat man da machen müssen? Abschall im Lauf. Ja, hab ich gesehen. Warum musste man in die Pokémon-Menschen? Da gab es ja auch was zu holen, oder? Ein Elektro-Balsen-Balkon. Gab es hier nicht etwas? Was? Hm? Was? Was? Ich habe gesagt, schick, schick. Ja, aber gab es hier nicht ein Item zu holen, in dieser Menschen? Irgendwas wusste man hier tun, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht. Chat, wisst ihr das? Was ist der Dragon Ball? Weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall den 12-Stunden-Stream bei Diana nachholen. Das müssen wir aber noch abklären, wie wir das genau organisieren können. Das Gebäude ist der Arena-Stüssel. Ah, ich wusste es doch immer, was wichtig ist, war der Arena-Stüssel. Hätte er den gleichen Pokémon, das macht er denn? Warum hat er eine Armee von Elektro-Balsen-Balkons? Warum? Alles frisch und knusprig endlich Feierabend, so muss es sein. Magnin, oh, wo es jetzt? Magnin? What the fuck? Seht ihr, es klebt am Boden fest. Es ist zu fett zu schweben. Das ist total glücklich. Das weiß ich nicht, weil der Mund ist ja eigentlich verkehrt rum. Eigentlich ist es traurig. Es hat einfach Explosion gemacht. Überleben wir das? Ja, es hat keinen Effekt auf uns. Perfekt. Perfekt. Es platzt gleich. Ja, es war zu fett zum Fliegen. Es war viel zu fett zu fliegen. Okay, ist ein Pokéball. Ah, stimmt, da war so ein Schalter-Rätsel-Scheiß, oder? Waren das die Mew-To-Mew-Aufzeichnungen? Ich weiß es nicht mehr. Hm, ich weiß es auch nicht mehr. Nicht, wir machen alles gemeinsam. Oh mein Gott. Ist das ein... Gab... Quapuzzi? Kapuzzi? Oh mein Gott, das sieht aus. Kapuzzi, die Händchen hängen noch und sehen noch nicht so. Nein, das sieht aus. Das sieht aus. What the fuck. What the fuck. Also, es ist ein bisschen creepy. Bissi creepy. Das werde ich heute nicht einwirken. Da jenes Unfall wird sich entwickeln nach dem Kampf. Das sagt nicht immer Unfall. Also, wenn du das zu dem Relaxo sagst, okay, aber... Hey, du sagst, du warst nicht begeistert. Ja, weil es so draufgepappt aussieht. Beim Muschers ist der Hut auch über dem Gesicht gewesen. Ja, das stimmt. Äh, das ist aber auch cool. Das ist aber auch cool. Die sehen aber alle angepasst aus. Ja, das sieht traurig aus, super. Sehr traurig. Aber wir haben jetzt gleich, also wir haben letzte Folge einen Tentaka mit einem Nebulak fusioniert. Und das ist jetzt gleich Level 40. Das heißt, es wird automatisch gleich jetzt ein Tentaxa Gänger. Das wird krass. Wir sehen jetzt gleich einen Tentaxa. Wir haben leider so ein Polar versprungen. Finde ich traurig ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Aber es wird, weil die Augen das Beste sind bei, ähm, Alpollo. Nein, so bei Nebulak. Das stimmt. Okay. Leute. Diana, bist du bereit? Ja. Ich weiß es nicht, ob ich bereit bin. Ist er echt ein Gänger schon? Ich bin mir nicht sicher. Nee, es ist noch ein Nebulak. Okay. Wir müssen noch ein Level. Wir müssen noch ein Level. Der hat sehr lange Ärmchen. Das sieht aber schon angepasster aus. Es sieht besser aus. Es sieht besser aus. Ja. Nicht so ganz. Aber krass, wir müssen noch ein Level. Okay, es hat also nicht funktioniert. Leider mit den Doppelentwicklungen. Schade. Ich wollte ein Tentakelmonster. Ich kriege mein Tentakelmonster. Du bekommst ein japanisches Tentakelmonster. Sieht wild aus. Ja. Ich warte noch ein Level ab. Es hat, es trägt ja weiterhin eine P-Teiler. Das war vermerkend. Wir werden ein Tentakelmonster erschaffen. Das ist schon ein. Sie will, oh, bei der Tentakelmonster. Sie will es unbedingt haben. Passend zu meiner, zu meinem Fehltritt, ähm. Oh, man. Das passt doch. Okay, hier ist verschlossen. Aber ich weiß, da war ein ganz viel Schalter und so weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Pokémer nerven mir aber auch mehr als sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Wenn ich den jetzt schnell umbringe, ich will Erfahrungspunkte gibt. Oh Scheiße. Wir haben es beide gerade nicht getroffen. Ich habe den Wohlen hinten mit Psystrahlen. Wie viel Erfahrungspunkte gibt Radikal. Nee, kann ich nicht. Das ist mal schlecht. Naja. Also gar nicht, waren wir noch interessante Pokémon hier überhaupt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Außer du willst Flugratten erschaffen. Ja, nee. Oh, gibt auch nicht viele Fahrgastmodelle. Das lohnt sich nicht. Weil es gerade im... Hm? Weil es gerade im Chat steht. Oh, ein Stein. Es gibt die neue Version von Pokémon, dem ersten Film. Auf Netflix. Aber ich bin davon absolut nicht begeistert. Ich habe den Trailer gesehen. Ich war halt als Kind im Kino, als der erste Film rauskam. Und es ist halt zu viel Kindheit und Nostalgie drin. Und ich finde ehrlich gesagt diese 3D-Animationen immer sehr schrecklich. Furchtbar. Ja, vor allem die Menschen. Über die Pokémon können wir gerne diskutieren. Aber die Menschen. Es ist so schrecklich, weil nichts hat Spannung. Ich finde immer bei 3D-Animationen sieht es immer so aus, als ob die ganzen Menschen gar keine Körperspannung hätten. Das können die nicht richtig darstellen. Die Bewegungen sehen viel zu kraftlos aus, als ob sie an Fäden hängen würden im Prinzip. Gar nicht, als ob da irgendwelche Spannung auf dem Körper wäre. Also ich finde das grauenhaft. Persönliche Meinung. Wir haben keinen Schutz, Leute. Wir haben keinen Schutz. Ich bin kein. Wir haben keinen Schutz, Leute. Dann kriegen wir ein Twitch-Baby. Pff. Ich weiß ja nicht. Ja, ohne Schutz. Magma war zu fangen. Kann sein. Was? Magma. Magma. Ja. Das wird los. Je nachdem. Dreiköpfe? Ja, wir haben nicht ein Smok. Echt? Ich habe gar nicht mehr sicher, wenn es man haben. Aber wenn wir was fangen wollen, müssen wir eher das Pokémon wechseln. Weil gab es wo kann die Hypnose zum Beispiel? Wäre sinnvoll. Wo ging es nicht nach oben? dann ist doch drüber die treppe kaputt und kaputt kommen wir auf bald das tun display müsste bei der jenna über man wahrscheinlich schon bald ein dritten muss ich wieder zur post morgen morgen und übermorgen arbeite ich dann wo komme ich den hoch hier muss den scheiß schalter es gibt den schalter rätsel das ist nervig geht das hier ist ein schalter ob wir waren schon bei einem haben gedrückt was man geöffnet ist die frage was haben wir geöffnet und wir sollten echt schutz holen oh mein gott das arme vulkaner rabbit möchte schutz kaufen ich möchte schutzgabe ich habe das arme vulkaner guckt euch an das arme weil er so etwas verhindern möchte ja schalter wo er jetzt weiß ich war da wieder was nicht nur schalten wir haben so viele schalte hier drin ich weiß noch das hat mich damals schon so genervt da war ein normales gemacht alle 45 zu fahren du musst halt einfach den richtigen hebel drücken um die gewünschte reaktion zu das ist doch ganz normal das musst du doch kennen und das bitte erst nachdem du den schutz gekauft hast so ist auch bei vielen sachen echt gut für normale schlubs ist auf keinen fall dieser schwanz er ist ein bisschen dick es gibt glaube ich auch einen schutz der es gibt zwar verschiedene schutzarten sogar einen der schützt nur vor schützt nur vor vor fusionen pokémon damit mal die normalen fangen kann und es gibt einen der schützt vor als eine alte seite normales von karo aber wir sind ein wasser gepo und was der kapo der server kann tschüss von karo ja wir müssen weiter unseren unseren nebo trainieren nämlich auch den trick doch noch immer den war ist das cool wo ist das so cool wie krass gezeichnet ein bonita nidorina wo das blaue flammen und so weiter was gibt es denn für geile fusion und was fusionieren wir bitte immer das ist voll gemein ich hätte mir mein relaxo auch mit flammen ich weiß nicht was war wie warum er muss meine ganzen folgen bisher durchgucken und die ganze sache nochmal aufschreiben was ist das so cool war wenn wir machen immer nur plötzlich das geld hier liegen lassen okay wir wollten eigentlich auch ein lab was mit ja ich kann sie wieder raus tun genau aber man kann ja nicht über das überfressen er weiß überfressen war es hat zu viel genommen genommen relaxer sich treu geblieben der körperform ja da ist so viel aber es ist nicht schön verpickt es ist die pixel sind nicht richtig gesetzt und ich wünschte mir flammen so wie bei h das so bei den ganzen oberkörper ja wieder ein ich versuche es mal ist jetzt einfach mal hypnose ein werfen ultra ball wieder drauf ok wer werfen das nicht drauf er hat was selbst zerstört ja lol kaboom das macht er nämlich gerne hier unten war auch nichts wenn es einen schalter gedrückt das hat nichts geholfen vielleicht unten ok nächste chance wir müssen haben wir spaß ihn und fusionieren wie er aussehen würde in der anderen version und fliegendes ich weiß auch nicht ich habe ein slime und relaxer bestehen eine cool version gewesen ja wir können ja alles wenn wir sagen irgendwann kann man alles mal x durch testen rapid hat den hexen und ich kann babys machen nicht vergessen ja solange du keinen schutz hast kannst du das sehr gut ja ja ich muss ich mir angreifen ich habe angst dass er stirbt glaube ich aber ewig bese aufwacht und sich selbst springen okay nichts passiert und neu versuchen einzuschleifern kommt bitte 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 ja jetzt könnte man glaube ich natürlich sitzen in ein smog box spärer zu fangen also das morgon naja schön hyper bälle ich muss noch über die kauf einfach schutz kaufen wir haben ja ja wir haben jetzt mag mag wir kriegen was bei drei kräften ja er kann mir aber dafür sind ja aber wir wollen uns runter wieder denn hier oben hat sich ja irgendwie nichts ich kann nicht mehr runter doch es gibt mehrere rundher weil wir gehen mal schutz kann ich sagen sicher ist ich war schon beim ausgang kommt noch eins ich sage ich brauche schutzwelle dass das kann sie klicken geschmolzen ist einfach weggeschmolzen es war zu heiß da raus hier meine preise mir geht der markt einkaufen shopping geld bei wir brauchen du hast auch die perle max repel wir kaufen gleich zehn stück dann brauchen wir weitere hyper bälle und dabei genau hier ach so hatte ich gerne ultra bälle gekauft auch wichtig es reicht das mal schutz und überbälle genau wir brauchen wir die pokon halber schließen da gehen wir da rein dieser scheiß schalter rätsel da muss man nicht so viel und herlaufen haben wir schmutz wir haben schutz bekannt schutzweiler richtig es ist soweit ich finde ich es wird so langsam weil sie vorderlich natürlich weiß es nicht mehr drückt die richtigen schalter und wobei sie das item der max repel genau mit 250 schritte schutz wenn man zu schalter gedrückt und hier unten waren ja auch türen ja da sind aufgegangen perfekt erstmal pokémon exp hier rechts von glück aufzüren die ist noch zu okay ihr seht schon das ist sehr kompliziert also müssen wir zu nach raum wir können aber oben nicht weiter war hier und die anderen starte habe ich die zu verpasst ich glaube jetzt noch eins hoch weil es reicht ja nichts mit zwei rätseln als ball immer schön brav hoch runter und den wichtigen schalter schröcken du weißt du bist ja morgen mit magne also mir bleibt so cool jetzt hat es mit metall blätter am kopf aber problem weil ja schon aufpassen so metallrasiert blätter das ja ja es ist pflanze und elektron wir sind flug und wasser wir sind im arsch dessen wesentlich hat es ist eine starke ich glaube ja okay wir brauchen jetzt eine flamme will wer kann auch immer keinen flammenwurf oder irgendwas das ist so traurig bei unserem akani er muss noch weiter sein kein wunder es hat ein knochen im mund wie sonst ein flammenwurf machen da stimmt das stimmt eigentlich kann ja genau das war ganz viele augen ist am kopf aber auch das ist angepasst mit den magnetischen blättern blau und rot bin ich gut wenn man die richtigen schalter gefunden hat dann macht es im übertragenen sinne klick immer mal klicken ja noch hier ein jetzt ist die floh oder sie sind jedoch gewachsen am kopf alter ja irgendwie hat die magnetischen kopf komplett zerrückt irgendwie hat sich darauf gesetzt er dachte es ist ein gartenstuhl kann ich verstehen wir sind kritiker hinterher bekommen aber ist auch irgendwie cool was ist wenn es mag den titel und mag den ton wird oder mag nicht so wie siehst du dann auch die fragen der menschheit hier ist noch ein paar okay mehr gibt es hier oben nicht okay ist der weg ist komplett von arsch mehr ist auf dieser seite des der treppe nie und zu anderen treten bekomme ich hoch aber hier unten war doch irgendwo ein schalter das tauch der erste schutz ist schon vorbei nächsten einsetzen kein stress gibt sofort den nächsten gestalter hier ist noch ein schalter genau jetzt zwei gedrückt da rechts zwar vor der tür ist die zufällige jetzt auf ja nein sind einfach zu schiet leute werden gefühlt drei jahre hier drin verbringen einfach chill wieder darauf und beten dass oben sich eine tür verändert hat oder sonst den schalter hier wieder deaktivieren ja wir können es weiter hoch war rechts auch noch was ja hier ist eine zutür bringt uns auch hier ja wir können wenn wir den normalen schutz dem es auch verbrauchen gehen wir hier hoch geht er jetzt zum glück hier ist noch ein schalter den richtigen schalter finden du musst aber ich da schlecht geduld haben du musst hier steht der mann lauter betten stehen darum ja es ist ein merkwürdiger ort aber hier ist noch ein schalter die muss leider drücken weil ja ich sehe sonst nicht was ich finde die betten ziemlich passend aber das kenne ich noch eins der wege ist nur richtig das kenne ich noch ein weiß nicht welches also als spiel angesehen ich wollte vergessen welcher der richtige war der drei abgründe auch gott ist das so fett ist mag nicht viel aber es freut sich und es ist happy hände da oben steht einfach glücklich aus und wie wie zum zweiten mal ins leben geholt ja das ist auch er so der ja ja so frankenstein plötzlich über schrauben drin noch gar es ist kein psycho mehr es war nicht der weg ist nicht sehr effektiv stunde das kämpfe kann schon sein also lahm was war doch ach gott ich weiß wasser lecker oder wasser stahl wahrscheinlich dann ging es in wickeln es kommt nächstes elektings bums es ist das cool es sieht sehr frech er kann schon obwohl kritik geht unser löffler unser löffler leute es hat sich ausgelöffelt es hat sich ausgelöffelt na ich hoffe unser zerbrot ist schnell genug ich habe ja schnell genug wir sind einfach anzündet nein natürlich nicht ach komm schon diese shadow ball scheiße schon wieder das ist so eine op attacke in dem game es ist so eine op attacke einfach so ein breiter sturm dieser king Godzilla kommt zu uns erzeuge der blätter stürmer blüten das was hast du dich dabei nicht verwirrt hat er nur einen angriff mehr nicht und jetzt sollte gegengarten toxa los ganz toll ist ganz ganz tolles tentakel schwer zu sagen es freut sich es freut sich es freut sich einfach ich finde es geht also ich muss sagen die version vorher mit den mit den händen und den großen gesicht mit den hörnchen fand ich besser glaube ich aber ja ich könnte mich dran gewöhnen es freut sich es ist okay aber es könnte cooler sind aber es ist okay es ist ein tentakel monster es ist okay ich finde sich lacht nicht über daher das pokémon ihr müsst erst mal besser machen also da fand ich mein mann also ich glaube ein relax so kann ich nicht toppen also da schafft uns wahrscheinlich doch recht weit in dieser folge aber jetzt müssen wir raten 12 oder ich gehe links runter war theoretisch glaube ich richtig es ist ein tentakel monster mit zweideutigen lächeln richtig schnupps sehr zweiter dick ist lege ist das abrad johmann der kuh ich mag es es jetzt ganz chillig da mit seinem feuerschwänzchen da mag ich mein tentakel monster aber level 51 können wir kurz da drin scheiße sie mir unter level jetzt schon vier ok 46 das ist auch knuffig das würde sogar passen ja weil diese kugel im in der aus da die sieht ja echt so aus es könnte original nebulak sein niemand weiß es vielleicht ist ja aus so schon lange tut und es ist nebulaktri das ist eine coole das bringt ja zum nachdenken ja das ist wie mit der gala korazon form also das ist auch einfach nur ausgetrocknet also wer weiß nö kann man die pokédex einträge sind so traurig das soll es ist wie mit portrott sie kommen immer wieder weil das große chaos wiederbelebt das große chaos gibt sogar portrott eine zweite chance zu sein was es immer sein will und was macht es zu allererst es wird ein portrott na dem 14 blizzard hat ist weiß ist das der richtige scheitern die tür zu helfen ja was bringt das wissen wir nicht wissen wir nicht ich habe echt die schalter jetzt ist so satt schon ich weiß ja nicht dass denn dass das enteron dann wurde was gekürzt der hat jetzt die seiten auf 0 vor 20 minuten ja die seiten auf 0 hat sie einfach offen er sieht aus mit dem möbel jetzt auch hier stehen der schnabel stehen eine möbe blätter tanz tschüss dieser king level 46 du nur mit einer ente was auch immer kommst du nicht weit bei mir ok wir waren jetzt hier unten da oben waren jetzt aber nicht drin schauen das habe ich noch rauf gucken zuerst schwierig leute aber ob wir jemals wieder herausfinden oder nicht in der nächsten folge gerne abonnieren immer nicht zu verpassen black rabbit rpg auch ein kleinen däumchen rum und bei der jänner vorbeigucken linken die überschreitung schaut gerne vorbei Leute haut rein auf youtube bis zum nächsten mal und ciao tschüssi Untertitelung des ZDF, 2020